Und damit Servus meine lieben Freunde und Zuschauer von Parkclub hier bei einer weiteren Episode von Dispatch Now, dem News-Format von dem Kanal ParkTube. Und heute gehen wir weiter in den Norden und zwar zum Heide Park Resort, denn dort gibt es eine fette, ja sag ich mal, Ankündigung beziehungsweise eine News, die mich besonders freut. Ja, der ein oder andere weiß es vielleicht, der Andi ist der größte Darkrate-Fanatiker, den es hier auf diesem Planeten gibt. Ich würde sogar einen Darkrate vor eine Achterbahn ziehen. Was? Wie kannst du nur einen Darkrate vor einen Frillride stellen? Ganz einfach, weil ich stehe auf Thematisierung und ich glaube, hier bei meinem Background, bei meinem Studio sieht man das, glaube ich, ganz gut. Und ja, eigentlich sieht unsere komplette Wohnung so aus. Also jedes Zimmer hat quasi sein eigenes Thema, weil ich einfach Thematisierung an sich liebe. Ich liebe es, mit Duftstoffen zu arbeiten, mit Licht zu arbeiten, mit Nebel zu arbeiten. Ähm, und von daher habe ich auch die Passion dazu, Darkrates zu bevorzugen vor einer Achterbahn. Von daher freue ich mich jetzt, dass es endlich wieder einen Darkrate hier in Deutschland gibt, der, ja, für dieses Jahr angekündigt ist und sogar früher als ich dachte. Ja, schon im vergangenen Jahr haben wir quasi so ein paar Nachrichten aus Soltau gehört, dass man irgendwo im Underground, äh, was gefunden hat und zwar irgendwelche Katakomben, ähm, Unterflug der Dämonen, so hieß es, ich glaube, in dem Themenbereich. Ähm, und oh mein Gott, was, was ist da, was kann da, was, was wird da? Ähm, war wirklich eine geile PR-Aktion. Also wie gesagt, letztes Jahr war das. Ich habe dazu nichts berichtet, ähm, weil ich, wie gesagt, dieses Jahr so eher in die Richtung auch News gehen möchte mit euch und ich glaube, das merkt ihr auch auf dem Kanal, ähm, dass ich euch da auch mehr Infos mitgeben möchte und von daher werdet ihr jetzt weitere Infos hier auf dem Kanal immer bekommen. Jetzt Werbung vorbei, ähm, aber wie gesagt, man hat letztes Jahr da so ein paar Berichte zu gelesen, beziehungsweise, ähm, Zeitungsartikel, die der Heide Park veröffentlicht hat und ja, es, ähm, wurden Katakomben entdeckt und Pipapo, ähm, genau, also auf jeden Fall, ähm, haben die das schon, wie, wie, äh, gesagt, ähm, PR-mäßig sehr gut aufgebaut, finde ich schon. Ähm, so sollte man das machen, so wird das auch was und tatsächlich gab es jetzt, ähm, ja, mehr Worte zu dem ganzen Thema, was denn jetzt endlich in diesen Katakomben stattfindet. Ja, ich zitiere jetzt t-online.de so ein bisschen und zwar am 29. März 2024 soll Dämonengruft öffnen, wie der Park am Freitag mitteilt, soll, also diese solle, ähm, Deutschlands gruseligster Darkride werden. Also das ist die Info, ähm, die uns Freizeitparkfans natürlich interessiert. Es wird ein Darkride und man fügt noch hinzu, es wird einer der gruseligsten Darkrides, die man so kennt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, vielleicht wird es so eine Art Maze, aber nicht zum Durchlaufen, sondern eben mit einem, äh, mit einem Transportmittel. Ähm, und dazu habe ich auch schon so ein bisschen was gefunden, ähm, denn das Ganze wird ja ein Darkride sein, kein Walkthrough-Geschäft. Also bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und ich hoffe, dass wir, ja, tatsächlich mal einen richtig gruseligen Darkride bekommen, sodass man sich reintrauen muss, weil es gibt ja schon einige Darkrides, die versprechen, gruselig zu sein, wie zum Beispiel das Geisterschloss im, ähm, äh, Europa-Park, ähm, sagen auch viele oder Bekannte von mir, boah, ich gehe da nicht rein, das ist mir zu gruselig, wo ich mir denke, ja, das ist sehr gruselig da drin. Aber somit machen wir jetzt quasi vielleicht den nächsten Schritt mit dem Heidepark und zwar wirklich einen gruseligen Darkride zu eröffnen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sie mit dieser Aussage so tätigen, beziehungsweise ob sie ihr Versprechen damit auch halten werden können. Ähm, und ja, das Ganze ist ja ein gewisser Darkride und wird erbaut von der Firma, ich habe das hier irgendwo rausgesucht, pass auf, und zwar von Preston und Barbieri. Ähm, ja, kennt man, ich weiß nicht, ob der ein oder andere den kennt, wahrscheinlich kennt ihr schon diesen Hersteller, ähm, aber falls keiner diesen Hersteller kennt, habe ich jetzt zum Beispiel für euch mal was rausgesucht, und zwar habe ich einfach mal den Herstellernamen eingegeben in Google und so ein paar Bilder rausgesucht. Ja, die stellen quasi so eine Art auch Kinderachterbahnen her, ähm, wie man hier sehen kann, auf jeden Fall Bumpercars, Kettenkarussells, also auf jeden Fall mega gut. Ich weiß jetzt nicht hier, der auch, ist ja auch von der Firma, kann sein, weiß ich nicht, aber könnte tatsächlich sein. Also tatsächlich haben sie ja auch schon Erfahrung in der Freizeitbranche, beziehungsweise mit Fahrgeschäften, ähm, also das schon mal zum Thema. Das wird der Hersteller sein für, sag ich mal, die Strecke, für das Vehikel, ähm, um das Ganze dann als Darkride dann hinstellen zu können. Ähm, wo sich das Ganze im Park befindet, weiß ich jetzt gerade nicht, habe jetzt wirklich nur diese News gelesen, es soll diesen Darkride, ähm, jetzt kommen. Aber ich gehe mal von aus, das wird dann in der Nähe oder sogar unter Flug der Dämonen sein, passt halt wie gesagt, ähm, thematisch dann dahin. Ähm, und da war ja damals eh die alte Wasserbahn, die wurde ja aus Gründen abgerissen, ähm, und als ich das letzte Mal im Heidepark war, und zwar 2023, und zwar im Frühjahr, ähm, habe ich auch gesehen, dass unten gearbeitet wurde, also kann ich mir vorstellen, dass dort dann dieser Darkride sein wird, aber ich will euch nicht anlügen, ich habe mich nicht in dieser Sache so krass informiert, ich habe nur so ein bisschen überflogen, dass es jetzt demnächst so sein wird. Also am 29. März soll dann die Dämonengruft, so heißt der Darkride, eröffnen, und ich, wie gesagt, ich freue mich so mega, dass es endlich wieder einen Darkride gibt, hier in Deutschland, den man dann auch besuchen kann, und das werde ich auch tatsächlich tun. Ich werde versuchen, dieses Jahr erneut nochmal zum Heidepark zu kommen, dann aber auch natürlich mit Begleitung. Ja, am 29. März öffnet das Ganze, am 23. öffnet, glaube ich, auch die Saison im Heidepark. Somit haben sie quasi, ja, gut eine Woche Zeit, ähm, äh, ja, während des Betriebes noch die letzten Vorbereitungen zu treffen. Ich weiß nicht, ob es in dieser einen Woche zu einem, ja, Pre-Opening kommen wird, um eben, ähm, so ein paar Gäste schon mal reinzulassen, um eben, ähm, den Fahrbetrieb schon mal zu kalkulieren, beziehungsweise zu optimieren. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass das passieren wird, deswegen hat man noch diese eine Woche reingeschoben, dass man so ein, äh, Soft-Opening noch macht, ähm, das könnte ich mir so gut vorstellen, aber ich werde es mir natürlich auch mal anschauen und so irgendwann im Laufe des Jahres 2024 und schauen uns dann, ja, die Dämonengruft im Heidepark an. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und wie sieht's mit dir aus? Bist du auch schon hyped auf diesen Dark Ride oder sagst du trotzdem noch so, ne, ich fahr lieber in den Europapark, schau mir dann Voltron an, weil das juckt mich mehr natürlich oder sagst du, hey, ein Dark Ride, den gab's schon länger nicht mehr hier in Deutschland, lass mal reingucken. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Qualität das Ganze erbaut wird, aber ich denke, das wird schon ganz gut. Heidepark ist ja auch ein Name, ist wie gesagt der zweitgrößte Park hier in Deutschland, ähm, und von daher kann ich schon mir sehr gut vorstellen, dass wir da in dieser Richtung nicht enttäuscht werden und wir eine schöne, thematisierte, gruselige Atmosphäre dort erreichen werden. Also Freunde, falls du mehr hier auf dem Kanal erleben möchtest oder sehen möchtest, abonniere es doch gerne und drück auf die Glocke, ist alles kostenlos, um immer hier informiert zu sein, wenn es um die Welt der Freizeitparks geht. Außerdem nehme ich euch gerne mit in Vlogs und zwar zu verschiedenen Orten der Freizeitparkindustrie und außerdem stream ich auch ab und zu hier auf dem Kanal. Also, falls du Bock hast, bleib doch direkt mal hier und ja, wir sehen uns dann im nächsten News-Video, Vlog oder Livestream. Macht's gut, Freunde, Lächeln, Wink, nicht vergessen, wir sehen uns dann bald wieder. Also, macht's gut und ciao! Bis zum nächsten Mal.